Wir sind hier im Trainingslager-Hotel von Arminia Bielefeld, das Cornelia Daimend, neben mir Stürmer Kuhn van der Bietzen, Neuzugang vom Karlsruher SC. Kuhn, verrat uns doch mal deine Beweggründe für den Wechsel von Karlsruhe zur Arminia. Ja, ich habe in der Hinrunde nicht viel gespielt bei Karlsruhe, ich glaube nur 200 Minuten und ich habe nicht gedacht, dass das in der Rückrunde zu ändern wird und ich hoffe und ich denke, dass ich hier mehr Minuten mag und mein Vertrag soll am Ende der Saison noch auslaufen bei KC und dann kannst du noch ein halbes Jahr da ein bisschen rundlaufen und ab und zu mal reinkommen oder das Spiel von 90 Minuten von der Bank angucken und ja, ehrlich gesagt, dachte ich, ich kann auch jetzt irgendwo einen Neustart machen und dann alles versuche, um mich da rein zu kämpfen und ja, deswegen. Jeder möchte spielen, Arminia Bielefeld hat in Fabian Kloos einen Stürmer, der sehr torgefährlich ist, viele Treffer macht, siehst du dich als Konkurrenten zu ihm oder als Ergänzung, wie würdest du diese Rolle beschreiben? Das muss ich gucken, ich bin jetzt drei Tage und ich habe natürlich auch vorher gesprochen mit dem Trainer und dem Sportdirektor und habe auch gesagt, ihr habt eigentlich alle schon einen guten Stürmer und warum würdet ihr mich dann jetzt dabei haben und das haben wir besprochen und ich sehe mich sowieso nie als Gegner von Kloos, ich bin ein Mitspieler und oder er spielt oder ich oder wir zusammen, das müssen wir sehen, aber Hauptsache wir sind in dasselbe Trikot und am Ende gucken wir, ob wir zusammen auf dem Platz stehen oder eins, das sehen wir und da kannst du jetzt auch viele Gedanken über machen, aber ich glaube, das bringt nichts, um das jetzt zu machen, einfach Gas geben mit Training und dann siehst du am Ende, was der Trainer entscheidet. War Arminia Bielefeld in der Winterpause der einzige Klub, der angefragt hat oder gab es noch andere Angebote? Nein, da gab es noch andere Angebote. Aus welcher Klasse? Aus der zweiten und dritten Liga. Trotzdem hast du dich für die dritte Liga entschieden, dann kann das Ziel ja eigentlich nur lauten Aufstieg. Ich glaube, als Sportler ist es gesund, dass du immer oben mit willst spielen und jetzt stehen wieder oben, aber ich glaube, da sind viele Mannschaften, die oben mit wollen spielen und ja, wir müssen mal gucken, versuchen so weit zu gehen, wie die Jungs haben aufgehört, vor der Winter und dann am Ende der Saison mal gucken, wo wir stehen, aber ich glaube, es ist normal, dass du versuchst, jedes Spiel zu gewinnen und ja, wenn du jedes Spiel gewinnst, dann weißt du, was das meinst. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg in Bielefeld. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.